Musik Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Jörg-Mengel Friseurin. Eine alte Bekannte, ihr kennt sie, unsere Caro, die schon seit acht oder neun Jahren jetzt bei uns ist. Caro, wie lange? Acht. Acht Jahre. Und immer wenn ein Friseur im Stuhl sitzt, wird es spannend. Und was sie sich von mir wünscht, verrät sie euch selbst. Also, los geht's. Ich wünsche mir von meinem Chef einen richtig geilen Bullcut. So, und ihr schaut zu. Ich habe Spaß dran. Ich hoffe ihr auch. Los geht's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.